So, hier ist es endlich, das Video zu Gummipatinierung. Lang hat es gedauert, aber jetzt ist es endlich soweit. Und wie schon angekündigt, die Restauration der GS, dem Scheunenfund aus Ostfriesland, das Video fange ich unten in die Beschreibung, hatte wie gesagt Priorität. Und fast auf den Tag genau ein Jahr nach Fund bzw. Bergung des Rollers ist sie fertig geworden. Sie ist optisch so geblieben, wie im Fundzustand, nur technisch komplett überholt worden. Motor ist komplett gemacht, alle Lager sind neu, Lager vorne in der Lenkung, Lager natürlich im Motor. Es ist ein neuer Auspuff drunter, weil der alte war komplett hinüber. Ein paar Teile musste ich noch erschwerlich suchen, bis ich sie gefunden habe, weil bei dieser GS, bei der Augsburger GS ist alles wirklich speziell. Jede Schraube wird in Gold aufgewogen, es ist total krass. Und vor allen Dingen auch was finden, wie einige schon mitbekommen haben. Ich musste die Hubnase komplett neu, weil die alte komplett weggegammelt war. Kann ich gleich nochmal zeigen, gehe ich gleich nochmal mit der Kamera hin. Die habe ich nämlich noch an der Wand hängen, die alte. Und halte die mal zum Vergleich daneben. Ja, und wie auch einige Repro-Teile oder Neuteile, mussten die natürlich zur Gesamtobjekt passen, wie auch die Gummis. Und darum geht es in diesem Video. Wenn man eine Suchmaschine anschmeißt und danach guckt, wie man Gummi altern lässt, findet man ganz, ganz viele Tipps, wie man das verhindern kann, dass Gummi altert. Und das wollte ich ja eben nicht. Und man findet natürlich auch Ergebnisse, was es begünstigt, dass Gummi altert. Aber das ist alles ziemlich aufwendig. Deswegen habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Unter anderem natürlich UV-Strahlung. Man kann Gummiteile natürlich mit UV bestrahlen. Aber dafür brauchst du quasi ein Labor. Das funktioniert also daheim nicht. Und dazu kommt noch, ich bin relativ ungeduldig, was sowas angeht, mit Warten und Co. Ich habe zwar jetzt einige Sachen ziemlich lange liegen lassen. Ich habe ausprobiert, das in Benzin reinzulegen oder im Benzin-Öl-Gemisch. Was dann passiert? Ich habe ein Stück Gummi ins Eisfach gelegt. Ich habe ein Stück Gummi in Essig gelegt und gewartet, was passiert. Und die Ergebnisse waren relativ unbefriedigend. Zum Beispiel hier als optisch. Man kann es sehen, dieses Stück lag jetzt ungefähr zwei, drei, vielleicht vier Wochen in diesem Benzin-Öl-Gemisch. Außer, dass es halt vergilbt ist und ziemlich hart geworden ist schon in dieser kurzen Zeit. Ja, hat sich da nicht viel getan. Das war aber auch nicht, ja, das war nicht das Ergebnis, was ich erzielen wollte. Obwohl das natürlich auch bei einigen Rollern passt. Aber dass es so hart wird, ich meine, in dem Fall geht es jetzt noch. Man kriegt es wieder ein bisschen geschmeidig. Aber es soll ja trotzdem geschmeidig bleiben, gerade bei Backengummis. Es ist ja der Fall, dass man die auch noch später um die Backe drumherum kriegen will. Und diese Variante kann man sehen. Ich fokussiere mal ein bisschen. Ja, genau. Das, ich habe das mal abgeklebt, um das zu zeigen, ist relativ schnell gemacht, simpel. Und wie das funktioniert, ist eigentlich super einfach. Da ist der Kreativität eigentlich keine Grenze gesetzt. Was ich benutzt habe, ist unter anderem so ein Gasfeuerzeug mit Flamme. Damit kann man gute Ergebnisse bei Kunststoffteilen, also bei Gummi als auch bei Kunststoffteilen erzielen. Man muss aber echt vorsichtig sein, man muss sich das langsam rantasten. Als auch alles Mögliche an Drahtbürsten, Schleifpapier, Topfbürsten kann man super in eine Standbohrmaschine einspannen. Und vor allen Dingen ist da wichtig, nicht wie man es kennt, immer in gleicher Richtung zu schmiergeln oder zu schleifen oder zu bürsten, sondern ganz willkürlich, richtig abstrakt. Ich habe dieses Teil zum Beispiel auch an eine Schleifmaschine gehalten, also eine richtige Messerschleifmaschine mit Stein. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich Dreck. Und diesen Dreck findet man natürlich ganz viel auf Hebelbühnen oder halt am Motor, der ja meist stets verdreckt ist. Wer schon mal einen Motor revidiert hat, wird das kennen und sich einfach einen Lappen schnappen. Und hier zum Beispiel habe ich mit dem Lappen einfach über meine Werkbank gewischt und dann das Gummi damit eingerieben. Und durch die Schleifspuren und durch das bisschen Anbrennen des Gummis und Aufkratzen durch Bürsten bleibt das da auch ganz gut drin hängen. Und man erzielt halt dieses, ja mit dem Fokus ist ein bisschen schwierig, Ergebnis. Also alles überhaupt gar nicht so krass, wie man sich das vorstellt. Was man allerdings nicht hinkriegt und was ich gerne gehabt hätte, wäre wie bei dem alten Backengummi hier. Das wird jetzt schwierig, das zu zeigen. Kann man es sehen? Ne, kann man nicht sehen. Ja doch, hier sieht man es so ein bisschen, dass es so porös wird. Das macht das UV-Licht und das dauert bekanntermaßen so lange, wie der Roller, dementsprechend der Roller alt ist. 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre. Und das kriegt man so auf die Schnelle nicht hin. Aber wie das Ergebnis bei der GS3 geworden ist, das zeige ich euch jetzt mal. Ich nehme euch mal aus dem Stativ mit und zeige euch meine patinierten Teile. Der Vollständigkeit halber hier dann jetzt auch nochmal das Ergebnis der Reproduktion der Patina. Dieser Teil ist der in Benzin eingelegte Teil, der halt auch ein bisschen hart geworden ist. Da habe ich sonst nichts gemacht. Das Backengummi ist ein brandneues, was ich dafür geopfert habe. Hier der Mittelteil ist, wie gerade beschrieben, geschliffen, gebürstet, mit Dreck beschmiert und verbrannt. Und hier der Teil ist, ja gut, so ein bisschen dreckig ist er, aber das ist der neue Teil. Hier kann man das ganz gut sehen. Je nachdem, was für ein Ergebnis man erzielen möchte, sind hier die Varianten zu sehen. So, das ist die neue Kaskade. Ja, neu, weil, wie gerade schon gesagt, die alte, das ist diese hier, die war nicht mehr zu gebrauchen. Da war ein großes Loch drin. Das unten war alles weggefressen. Und genau, die habe ich dann mit einem Schweißpunktbohrer rausgetrennt. Und es musste eine neue dran. Und ich finde, das Ergebnis ist ganz gut geworden. Wer es nicht weiß, der sieht es auch nicht unbedingt. Was mich noch so ein bisschen stört, ist, dass durch die Versiegelung mit dem McClouds Patina-Konservierer glänzt das noch so. Auch hier, es rostet zwar nicht, das ist fast ein Jahr alt. Also da hat es überhaupt gar nicht weiter gerostet. Das ist natürlich sehr geil, aber der Glanz muss noch ein bisschen weg. Aber das werde ich noch mit feiner Stahlwolle so ein bisschen mattieren. Genau, und das ist das Ergebnis der ausgetauschten Hupennase. Die Hupe ist auch eine Reproduktion. Neue, beziehungsweise neue, alte sind zu bekommen. Aber werden auch hoch gehandelt. Teilweise 500 Euro aufwärts. Da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen ist die auch neu und gewissermaßen patiniert. Die war komplett, wie man es halt so kennt, chrom. Und ich habe eine kleine Sandstrahlkabine. Und da habe ich die gesandstrahlt und ein bisschen patiniert. Der Rest wird die Zeit bringen. Außerdem patiniert habe ich das dahinterliegende Hupengummi. Genau, da kann man es sehen. Wie das vorher aussah, war natürlich ein Neuteil. Und wie es nach der Patinierung aussah, blende ich jetzt mal ein. Außerdem gefehlt hat der Spiegel. Den habe ich ebenfalls mit Dreck und Flamme patiniert. Und einer Bürste, wie man unschwer erkennen kann. Genau, den Rest muss auch die Zeit bringen. Aber ich bin da soweit schon mal ganz gut zufrieden mit. Passt auf jeden Fall zum Roller. Hier und da glänzt es noch so ein bisschen. Aber das kommt dann mit der Zeit. Vielleicht mache ich das noch. Und ja, ich finde, also kann man ja jetzt mal den Gesamteindruck, finde ich, passt schon ganz gut. Was ich bei dem Roller extrem geil finde, um da mal rüber zu schwenken, ist, dass hier halt der Vespa-Teil des Emblems abgebrochen ist. Aber man es trotzdem lesen kann. Finde ich total geil. Wollte ich unbedingt so lassen. Genau, das Teil hat an der alten Kaskade auch gefehlt. Das ist auch, habe ich von meinem Kumpel Stefan bekommen, auch alt und passend. Superschönes Detail. Der Lampenring war auch komplett chrom neu. Den musste ich auch patinieren. Ja, da hilft fallen lassen, mit dem Hammer gegenhauen. Wie gesagt, mit der Sandstrahlkabine da ein bisschen nachhelfen. Und ich denke, das passt ganz gut zum Roller. Kommen wir zu den Backengummis. Ja, wie gerade schon erwähnt, da muss man ein bisschen kreativ werden. Aber insgesamt passt das ganz gut. Wie gesagt, das größte, der größte Teil ist Dreck und Schmiergel und ein bisschen was weg. Ja, bohren, schneiden, wie auch immer. Lasst euch da was einfallen. Aber man kriegt da relativ schnell gute Ergebnisse hin. Wie auch bei der Dichtung für das Schwanenhalsrücklicht. Die musste auch komplett neu. Das fehlte komplett leider. Und ja, habe ich dann auch größtenteils mit Flamme bearbeitet. Wenn ich da jetzt noch Videomaterial finde, da habe ich nämlich was aufgenommen, dann blende ich das jetzt ein. So, auch das Gummi für das Schwanenhalsrücklicht habe ich jetzt, wie ihr ja gerade gesehen habt, in Nitroverdünnung getränkt. Dann in den Backofen gepackt. Und dann wieder Nitroverdünnung getränkt. Aber dann habe ich gedacht, ich bin sehr ungeduldig. Das dauert nicht so lange mit dem Backofen immer hin und her. Und dann habe ich mir wieder den Heißluftfön zur Hand genommen. Und habe tatsächlich das Wechselbad weitergeführt. Aber dann aus der Nitroverdünnung rausgeholt und mit dem Föhn an den Kanten lang gegangen. Und das geht auch echt gut. Weil durch die Nitroverdünnung quillt das Gummi auf. Dann kann man das mit dem Heißluftfön an den Kanten lang, ja, reißt das richtig schön auf. Das aufgequollene. Und dann habe ich es quasi in Nitroverdünnung wieder abgelöscht. So, und ich finde das Ergebnis, ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Schlecht. Ich wechsle mal die Kamera, dann sieht man das besser. So, jetzt kann man es besser sehen. Die Risse, auch in dem Bereich, das sieht schon echt gut aus. Also ich bin da echt zufrieden mit. Also Hitze scheint die Lösung zu sein. Und dann, ja, in Verbindung mit Nitroverdünnung. Das ist dann die Lösung und Hitze. Und das im Wechsel. Sehr cool. Und jetzt kann man das natürlich hier nochmal über diese dreckige Werkbank ziehen. Ziehen und ein bisschen abgrabbeln. Und dann sieht das auch schon wieder ganz anders aus. Also, ja. Das zudem. Auch noch ein guter Tipp ist, an dieser Stelle nochmal danke, mein Kumpel Stefan, die alten Außenzüge, beziehungsweise Zughülsen zu verwenden und die neuen da drin zu verstecken. Dann hat man direkt die alte Optik. Man sieht hier, das ist durchgescheuert, da steckt der neue Zug drin. Geile Variante, um die Optik, Scheunenfundoptik beizubehalten. Ja, wie schon gesagt, lasst eure Kreativität da freien Lauf. Falsch machen kann man eigentlich nichts. Probiert also mal ein bisschen aus. Wie gesagt, ganz gutes Werkzeug ist diese, ja, dieser kleine Gasbrenner hier. Den nutze ich dafür gerne. Irgendwie eine schmuddelige, auch gerne dreckige Drahtbürste, die hier ist schon richtig abgefuckt. Ja, und sonst alles, was ihr an Schleifpapier, Schleifvlies oder was auch immer findet. Und, ja, dreckiger Motor, dreckige Werkbank ist auch ein sehr gutes Tool. Probiert euch da einfach mal aus. Wie gesagt, falsch machen kann man nichts. Und dadurch kriegt man echt gute Ergebnisse hin. Auch witzig. Ich habe mich auch so ein bisschen an Blech probiert, das zu patinieren. Bei Instagram habe ich was gesehen, was ich unbedingt nachmachen musste. Sorry an dieser Stelle, dass ich da ein bisschen was geklaut habe. Original gibt es das hier. Moment, Fokus. Original gibt es hier sowas hier. Da ist normalerweise Schokolade drin. Hier Notfallschokolade. Im Notfall Scheibe einschlagen. Und da draus ist das hier geworden. Auch patiniert, angerostet, ein bisschen draußen liegen lassen, angeschliffen. Mit der Sandstrahlkabine erstmal so ein bisschen mattiert auch. Der Rest ergibt sich mit der Zeit. Und im Vergleich, vorher, nachher. Im Original ist natürlich keine Zündkerze drin. Ganz witzig. Findet auf jeden Fall auch irgendwie Platz an der GS. Ja, also. Vielen Dank fürs Einschalten an dieser Stelle. Probiert euch aus, wie gesagt. Falsch machen kann man nichts. Die Hilfsmittel habe ich gerade genannt. Würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr am 1. und 2. September zum Vespici-Blechwaller-Treffen kommt. Und am 2. September findet das Strandbahnenrennen statt. Das Blechwaller-Strandbahnenrennen. Und, genau. Kommt an den Start. Checkt die Homepage www.vespici.de Und, ja. Lasst ein Like da. Lasst gerne einen Kommentar da. Schickt mir bei Instagram. Folgt auch gerne bei Instagram. Schickt mir bei Instagram eure Ergebnisse, wenn ihr euch ausprobiert habt. Und, ja. Das wird nicht das letzte Video sein. Schaut euch die anderen Videos an. Wie gesagt, das Video zum Scheunenfund der Augsburger GS3. Packe ich nochmal in die Beschreibung. Und, ja. Ich wünsche einen schönen Start ins neue Jahr. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.